Und ihr, Untotenknechte, greift an! Der Dschungel soll ihr Blut trinken! Ja, da kommen diesmal die vier Skelette. Mal sehen, ob sie dieses Mal wirklich kommen. Uram selber haut zurück ab. So, Feuertempel. Zwei Runen. So, in den Schlund. Können wir gleich vorlesen. Erstmal kümmern wir uns hier ums Austauschen. Äh, ja. Und bei denen kommt noch der Feuertempel hinten dran. So, jetzt kommt es hier. So, jetzt kommt es hier. Okay. Geht dann weiter, bitte. Arbeit! Zu euren Diefen. Alles klar. Wird sofort ausgeführt. So. Band ihm macht der Steine bei den Tempeln der Echsengötter. Nur wenn der heilige Steine den Tempeln berührt wird, versiegt der Strom der Schuppenkrieger. Nur Vorsicht! Sehnschmiede bewachen die Tempel und werden die gebannten Steine wiedererweckt. Band den Stein im ersten Tempel. Berührt den Stein um seine Macht zum Bann. Achte darauf, dass kein Sehnschmied ihn wiedererweckt. Das selbe für den zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten. Durchbrecht die Blockade im Schlund und dringt zum Knochentempel vor. Die Garde des Maskierten versucht noch immer euch aufzuhalten. Durchbrecht ihre Reihen und dringt zum Knochentempel vor, wo der Maskierte seine Vereinigung mit Belial vorbereitet. Ja. Stehe bereit! Wird sofort ausgeführt! Gut. Die Rune ruft sie an! Da kommt der Knochen-Terror, also die Skelette. Wohin? Arbeit! Immer nur Arbeit! Wo auch immer die hinwollen. Deswegen komme ich ihnen jetzt mal entgegen. Vorsicht! Achtung! Schließ die Reihen! Achtung! So. War das alles schon? Verstanden! Ah, sehr schön, wir haben es. Ist keine Last! Jetzt etwas Holz. Ja, ja! Wir müssen jetzt warten, dass sich unsere Rundenmagie erst erholt. Was denn? Steinhut! Ja, für den Steinbruch brauchen wir auch mehr Holz. Ja! Ach, hier drüben war auch noch mal Stein. Gut. Gut zu wissen. Na dann! Erstmal für genug Holz und Steine sorgen. Okay, der läuft zum Glück nur herum. Was jetzt? So, zweite Holzfällerhütte. Einfach mal hier drüben hin. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nur noch ein drittel Level fehlt uns. Die Trolle sind zum Glück sehr schnell darin, Steine abzubauen. Die Trolle sind ja praktisch Steine. Ah, ein Blasrolljäger. Stehe bereit! Die Rune befehlt! Wird sofort ausgeführt! Stehe bereit! Zu Befehl! Auf dem Weg! Hm. Achtung! Ja, wegzulaufen. Vorsicht! So, jetzt haben wir mal 6 Orcs raus. Die mir dann erstmal ein kleines Hauptaus errichten. Wo haben wir Lenya? Da haben wir Lenya. Okay. Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Stehe bereit! Verstanden! Die Rune ruft! Wird sofort ausgeführt! Wird sofort ausgeführt! Auf dem Weg! Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt! Wird sofort ausgeführt! Was? Muss ich einfach mal hier oben? Hm. Das Gebäude ist einsatzbereit! Ist was! Sorte also! Na los! Dann könnte ich mir hier mal schon mal eine Schmelze errichten. Fünf weitere. Was? Was? Guck mal. Dann könnt ihr von unten auf ein paar Becken schliessen. Üff. Wie? Hier! Dann könnt ihr euch noch mal die Lacken anziehen. Da kommen wieder. Blastbordträger und Speerkämpfer. Na, der Kriegssänger war schnell down. Noch ein Blastbordjäger. Die werden langsam nestig, die Jungs. So, eine Miene. Hier ein kleines Haupthaus. Ach, wo ich hier hin... Das nervt mich echt, dass die Blastbordträger weglaufen. Können die damit aufhören? Vor allem können sie aufhören, irgendwo hinzulaufen, wo sie dann feststacken. Ich meine, ich habe nie irgendeine Fernkampf-Einheit erlebt, die wegläuft. Oh, oh,